Das innovative Audi Valve Lift System ist eine hocheffiziente und dabei verblüffend einfache Technik der variablen Ventilsteuerung. Für den Audi-Fahrer bedeutet das noch mehr Fahrspaß bei deutlich weniger Kraftstoffverbrauch. Mit dem Audi Valve Lift System lässt sich der Ventilhub in zwei Stufen variabel steuern. Die Öffnung der Ventile kann so der Fahrsituation und dem Drehzahlbereich angepasst werden. Bei Konstantfahrten im unteren und mittleren Drehzahlbereich kann so durch den verringerten Ventilhub und die dadurch reduzierten Drosselverluste bis zu 7% Kraftstoff eingespart werden. Während konventionelle Techniken auf diesem Gebiet mit komplizierten Elementen zwischen den Nockenwellen operieren, hat Audi die Betätigung direkt auf die Nockenwellen verlegt. Eine Lösung von hoher Effizienz und Einfachheit. Die Einlass-Nockenwellen bestehen aus einer Grundwelle mit Verzahnung, auf denen Schiebehülsen sitzen. Diese sogenannten Nockenstücke tragen nebeneinander zwei unterschiedliche Profile für kleine und große Ventilerhebungen. Sie werden von einer blitzschnell schaltenden Elektromechanik verschoben. Bei Volllast sorgt das große Profil für eine Öffnung beider Ventile von 11 mm. Bei Teillast öffnen die kleinen Nockenprofile die Ventile 2 bzw. 5,7 mm weit. Eine gezielt asymmetrische Öffnung lässt das Gemisch verwirbeln und damit besonders effizient und sauber verbrennen. Die Umschaltvorgänge vollziehen sich innerhalb von zwei Kurbelwellenumdrehungen. Bei einer Motorumdrehung von 4000 Umdrehungen pro Minute sind das 30 ms. Mit zahlreichen flankierenden Maßnahmen sorgt das hochleistungsfähige Motormanagement für sanfte und unmerkliche Übergänge. Was der Fahrer spürt, sind ein geschmeidiger, turbinenartiger Kraftaufbau und ein spontanes Ansprechverhalten. Der Motor verbraucht weniger Energie und ist dadurch sparsamer. Vorsprung durch Technik Der Motorumdrehungen Der Motorumdrehung Ger 초밀 préparater Für Wandere Großartig Der Motorumdrehung יכver Vielen Dank.